willkommen zurück ihr lieben bei einer neuen folge mit den zwei bekloppten von der tankstelle wer ist bekloppt du bist bekloppt ich bin nicht bekloppt du bist bekloppt i am crazy ja gut wir hatten ja wir haben das kapitol freigeschaltet haben wir das ja wir haben den haupteinsatz space administration hauptquartier gemacht und haben die blacktask erst mal raus geschissen ja und hier in der nähe ist ein nebeneinsatz echt jetzt ja ach ja tatsächlich da raper in haus machen okay okay alles klar Ja, sie war schöner, jünger Kaila Wer ballert hier? Tschüss Ciao Auf nimmerwiedersehen Nimmerwiedersehen Ach, guck mal Jene Menge Bilder Hä? Geschießen Oh, ich seh nicht mal jemanden Hä? Ach, da hinten sind die Alter Ich frag mich, wie'd sie treffen Oh, gut, 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 gut Ich steh' aber auf alle Scheiße hier, du. Ach, da! Ja, ja. Mistvieh. Ich hör's nur noch explodieren. Ah, wir sind noch nicht fertig hier. Komm da raus, du Blödmann! Ich schenk dir mein Nix aufm Hals, ist mir kackegal. Komm da raus, du Fotzenkopf! Und weg mit dir! Aua! Aua, ich sag doch! Oh, ich wurde niedergeklüppelt. Ja, das hab ich gesehen. System reaktiviert. Aber ich werd' auch nicht mehr geheilt. Bei der Sche... Aua, verdammt! Gut, komm mal, her zu mir auch! Wo bist du denn? Ja, guck hin! Ach, da! Heal me! Merci! Kein Ding! Also meine Granate läuft dem Typen immer noch hinterher! Ja! 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 Geil! Okay, wir wollten eigentlich ne Nebenmission machen, ne? Wir haben aber ne Territoriumskontrolle gemacht. Ja! Ist doch auch gut! So, hier! Haben wir doch was! Oh! Was hab ich gekriegt? Ey, ich hab ne Maske im 300er Punkte gekriegt! Schön! Ich krieg nur Lila ne Scheiße! Hier! Warte! Warte! Hier! Was denn? Ey, krieg hier nur Lila ne Scheißdingen! Komm mal! Komm mal zu mir! Ich komm hier nicht rum! Oh, Gottes Willen, Alter! Was ist denn los heute? Ja, was... Du hast... Hier! Ja, die brauchst du doch! Nimm du die! Ja, warum soll ich die nehmen? Hä? Nimm! Okay, ist ja gut! Er so, nimm! Nimm! Nimm die jetzt! Nimm die jetzt! Sonst schieße ich dir ein drittes... Okay. Sonst schieße ich dir ein zweites... Loch. Okay. Alles klar. Gut. Guter Junge. Ja. Danke. Äh... Was willst du von mir? Ja, halt die Klappe! Hä? Ja, mich haben wieder welche angegriffen. Okay. Dabei wollte ich einfach ganz normal an denen vorbeilaufen. We're dead at it! Ja, okay! Bro! Und tschüss! Schon gesehen! Mach es gut! Schon gesehen! Schon gesehen! Das hier war doch direkt schon gesehen! Tod! Hehehehe! Achso, das war dann... Okay. Alter! Ist hier was los, ey! Ja, seitdem die Black Task da ist, ey, ist hier nur noch Katastrophe! Boah! 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 Wann ich rein und hau'n... Was? Tote True Sons! Loil da verdammt schätzt beinah alles deine schuld du drecksack 266 hat der 300er was genützt ja ja auf jeden fall gut guten freunden gibt man immer ein küsschen hier ist noch sehr viel bei mir auf der seite hier ok ich hab's gefunden ich bin den aufzug hochgeklettert ja ich bin wieder runter gekommen weil ich bin ich will hier weiter looten ob wir noch was ist auf der seite bar und lounge ich brauche ich brauche alkohol da geht es glaube ich schon rein ich habe das ich habe den funkspruch gefunden hier oben bei mir ja im heimdienst ich komme ich komme hier wo ist du rechts rein oder links links er hätte die pistole in der linken hand gehalten was du nicht sagst und das soll irgendwer bemerken ich denke wir sollten kein risiko eingehen wenn wir die konsequenzen nicht tragen wollen wahrscheinlich draußen dann also hier vorne draußen ist nichts ich habe ihn gerade gehört hier das kann aber nicht sein das ist doch quatsch ja hier ist es am pissen wie sonst hat normal ich komme zu dir soo wir müssen draußen draußen ach da waren ja schon welche ja ich bin ready man musstest du jetzt musstest du jetzt weg gehen du besser mann jetzt scheiß ja ich krieg die krise uh ruhig ruhig ich mache mir mal wieder das die kippe mach das das kann bisschen dauern bis er drei Leute auf einen Taufen kriegen mach das Es kommt ja an! Alter! Was? Oh, okay. Das müssen wir zerstören. Verbinden Sie Isaac mit einem Ihrer Rechner. Ja! Ja! Man muss rumlaufen. Achso! Du kannst doch rüber schrecken! Ich nicht! WTF?! Ja! Sind wir neuerdings in Spanien oder warum sagst du? Weil ja kommt Dios! Ja! 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 System nur bei 50%. Shit! Ja! 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 Was ist das? Was ist das? System wieder online Okay Feuerwerk Junge, Junge, Junge Oh, okay Warte mal, da liegt was Mal ein bisschen was einsammeln Hui Hui So Hä Ähm Weiß ich jetzt nicht so genau Oh Ach, runter geht's Okay Ah Munitionsgäste Ja Ja, mein Charakter wollte nicht runter Achso Ach Das kenn ich irgendwoher Äh Wir haben da direkt Besuch Ja, leg du dich da dran Komm Rechner erkannt Okay Okay Oder so Was machst du da? Stopp, stopp Hast du gerade versucht den jetzt ernsthaft? Äh, okay Hehehe Hehehe Kronenprotokolle und Lageberichte Vielleicht erfahren wir dadurch wie viel die Blacktasks über Divisionaktivitäten wissen Warte mal, warte mal Hier ist ne Tür Hehehe Hehehe Ist nichts Ah Halleluja Das nehm ich Meins Hehehe Hehehe Okay Ich halte die Augen auf Wo liegt das Problem? Ha! Warte Wir Sag ich dir gleich Hehehe 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 Ah, Mann! Hehehe 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 hier ist eine geile stimmung Junge, 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 hier ist was los, du hier geht die Post ab Explosions-Muni Hier kommt Schattenfrau, mach mal das Tor auf Und ich hab direkt erstmal wieder einen neuen Feldexpert Behälter gekriegt Wenn mal was geiles drin wäre, wäre das noch viel schöner Ich hab ein Gewehr gekriegt Ja, ich hab Poste gekriegt, die allerdings schlechter ist als das, was ich vorher hab Was ich hier momentan drin hab, also naja Es ist alles ziemlich weit unten, was das angeht Wie viele Punkte hast du jetzt insgesamt? Ja, was für Punkte? Achso, 293 Ja, ich hab auch 293 Nice, nice Ich hab eine 287er Maschinenpistole bekommen, die totaler Müll ist Warte mal Angeblich ist sie besser als meine jetzige 300er Hä? Das soll ich verarschen Ich probier's nur aus Ich werd sie nur ausprobieren Nur ausprobieren Mehr tue ich nicht So, erstmal modifizieren Modifizieren Stabilität, Präzision Hier fehlt doch was Oh, oh Gott Das Ding hat nicht mal Was? Ich kann nur zwei Sachen modifizieren, willst du mich verarschen? Äh, okay, alles klar Ja, okay, das ist, ähm, toll Ist ja richtig belastend Pfff, okay Weiß nicht, ob die was Oh Ich hätte sie vielleicht nochmal anlegen sollen Wollen wir mal gucken, wie die so ist Oje Oh, oh, scheiße, die haben das gehört So, was machen wir denn als nächstes? Wollen wir uns, wollen wir hier den Kontrollpunkt machen? In der Hope Hotel Moment Achso, das da, ja, können wir machen Alles klar Und komm Let's go Ich versuch sie nur . Also, ich, 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 ich erheiß nicht, dass ich sie behalten werde Die, nicht zu stand, da percentage Ich bin ich nicht Könnt ihr euch mal ein bisschen näher zusammenstellen? Äh, heille, könnt ihr, also es wäre nett, also mein Kollege, der möchte, dass hier ein bisschen näher zusammen steht, so, wisst ihr Look, was scheimmune, ne? Ah, verdammt. What the fuck? Ne. Warte um. Hä? Oh, okay. Oh, oh, okay. Wait a minute. Ich muss doch mehr Stabilität jetzt hier oben reinbringen. Okay, 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 okay. Das müsste so reichen, denk ich mal. Gucken wir mal. Da vorne geht Post ab. Jesus. Oh. 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 Ohhh. Oh. Oh. So, das sind unsere Ohrleuten. 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 Walking down the street Pretty woman Halalalala Was? Warum bockst du dich da? Oh guck mal da kannst du alle drei auf einen Schlag jetzt Hau rein Kacke Hö kacke Wie hast du mich genannt? Divisions auch? Ja Du belebst ihn nicht wieder Du belebst ihn nicht wieder Und du stirbst Ich flehe euch an Hilfe Ich flehe euch an Hilfe Hahahaha 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 ja Warte, noch nicht, noch nicht rufen Ich mach doch gar nix, hä? Lass mal die Sachen einsammeln Genau Was ist denn mit dir? Lass mal Sachen einsammeln So, alles eingesammelt Ähm Ja Alles eingesammelt Gut Willst du rufen? Ja, kann ich machen, let's go Oh ja Verstärkung trifft ein Registrierer zusätzliche Feindkontakte Oh Gott im Himmel, ey, wenn die sich bewegen, ne? Feind! 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 Uah Nice Oh, stehst ein bisschen unter Strom, Kollege Hehehehehehe Er stand ein bisschen unter Strom da Hast gesehen Ja Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet Erstmal die Sachen hier einsammeln Und schwupp Schwuppidiwuppdupp Doppdoppdoppdoppdoppdoppdoppdoppdopp Cool, 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 cool Cool, 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 cool Warte mal! Ach da ist die Kiste beeindruckende waffe haben sie da jo danke danke da stehen hallo ja schön wollen wir denn das hier machen was ist denn das hier kontrollpunkt solar farm schon wieder ja let's go auf geht zivilisten in not okay ok erst mal so lahmarschig oh geisel ja oh scheiße nachgesehen ah verdammt ja pass auf bei dir kommt noch einer da kommen zwei ab den gelben tja mit verlusten müsst ihr mal leben nice gg ich wusste wir schaffen das ne der kopf gilt nämlich nämlich nicht hast du es genommen ja ich habe es jetzt genommen aber na gut na komm was wir machen erstmal eine folge schluss und ja ja in der nächsten folge kontrollpunkt sondern solar dingens und vielleicht noch ja kopfgeld wird man wahrscheinlich nicht schaffen aber naja bis dahin bis dahin bis dahin B.E.E.S.T.A.N.